Sie soll erstallen Eine zahrende Melodie Soll von Liebe singen Ihr Zungefalle Meiner Herr in der Musik Kann der Freude bringen Der Wein zünd Uns macht die Sonne schier verrückt Soll ich denn jetzt die Liebe möge Er rach von der Schale Für die Welt Ich kann der Schale Ich kann der Schale Sie soll erstallen Und ich habe Sie soll erstallen Sie soll erstallen Musik 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 Die Ehre ist erschlossen, die Blumen sind gesprossen, ab heute wird genossen, nicht schön bleibe, wie vorhin. Witzlach, Witzlach, mein Schatz, so geht das nun wirklich nicht. Dein Bruder Sandro mischt sich ständig in unsere eigene Lebenheiten. Nun lässt es sich sogar von meinen Läden berichten, welche Kleider ich tragen will und welche Stoffe ich kaufen will. Und er hat es untersagt, die edlenen Stoffe zu besorgen. Ich, ich soll herumlaufen wie ein Mauerpünken. Ich werde das begegnen, ja, verstehe ich jetzt nur. Nein, ich möchte, dass du das umgehend klappst, Stessen. Es geht ihm überhaupt nichts an, die deine Frau sich anzieht. Natürlich, umgehend. Die Ehre ist der Herzverdauce. Witzlach, 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 witzlach. Die Aldermänner von Strahl, sonst drängen auf eine Entscheidung. Kommst du nun mit oder nicht? Du weißt, was ich über dieses Pakt denke. Dann gehe ich wohl besser allein. Mach du nur, berichte mir später darüber. Gerne. Das will ich tun. Ach, Samu, und was war das für eine Sache, wenn ich stoppen für Margarine? Na ja, deine Frau Gemahlin hat es denen weniger Monate geschafft, unsere Kassen zu plündern. Sämtlich. So geht es nicht weiter. Gut, ich spreche mal wieder darüber, Herr Gemahlin. Ja, tu das. Warte nicht zu lange damit, sonst bleibt nichts verüblich. Und jetzt ist es nicht gut. Die Ehre ist der Herzverdauce. Das ist der Herzverdauce, der Herzverdauce, der Herzverdauce. Ja, Maria, was hast du erreicht? Du musst Geduld mit ihm haben, er hat viel um die Urunenstraße. Was heißt um die Urunenstraße? Soll das heißen, du lässt ihn allein mit den Andermädern verhandeln? Habe ich auch, wenn er die Zeit dazu hat. Die Zeit dazu? Ich dachte, ich hätte den Fürsten von Hüden geheiratet und nicht sein Handler war. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Hast du die Bestellung gesehen, die deine Frau für das Fest am nächsten Samstag ausgegeben hat? Nein. Aber wo gibt es getrennte Kassen zwischen uns? Das wäre doch nicht kleinlich. Kleinlich? Du willst dich nach Wolle. Die Ehre ist der Herzverdauce. Jetzt ist Schluss mit der Musik. Es gibt Wichtiges zu tun. Dein Bruder Samor hat ihm alle Männer angewiesen, nur an ihm allein tributpflichtig zu sein. Bitte? Ja. Und die waren mehr als angetan von dieser Idee. Du musst dich verhört haben. Du reitest sofort hin. Unverzeihbar. Wenn das stimmen sollte, dann traurig kaufen wir heute mit einer Belagerung. Was? Du willst Strandsulfen lagern lassen? Nur über meiner Leiche? Hast du das gekriegt? Du glaubst wohl, du warst hier im Unterkrieg von unseren Kräger. Das klingt doch auf Ruhe. Auf Ruhe? Du hast vergessen, dass unser Vater den Ton uns beiden verärbt hat. Uns beiden. Aber du? Du bist ein Abgeborener. Ach! Er kümmert sich doch überhaupt nicht um sein Volk. Es ist ihm doch ganz egal. Ich werde tun, was ich tun muss. Unverzeihbar. Der Vater nimmt ja ein paar Warten und reißen sie zu den übrigen Städten. Ich will sie unterwachen sehen. Alle. Du bist spät. Mal sehen, wer noch zu viel steht. Da hast du's. Da hast du's. Die MC- этом? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018